Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Aktienanalyse bei uns auf dem Finanzwege-Kanal. Heute werden wir uns gemeinsam die Firma 88 Energy ansehen, für alle Leute, die diese Firma bereits kennen und jetzt hier auf dieses Video gestoßen sind aufgrund der News, wodurch eben heute dieser Kurssturz entstanden ist. Hier einmal gerne der Timestamp verlinkt, dann müsst ihr euch jetzt nicht das gesamte Video ansehen. Für alle anderen, die sich für das Unternehmen interessieren, werden jetzt anhand einiger Fundamentaldaten mit Sicht auf die Projekte des Unternehmens, deren Kooperation und am Ende eines Fazits eine Aktienanalyse machen. Hier sehen wir einmal die Gliederung, was wird euch jetzt erwarten, die Übersicht, danach werden wir auf die Zahlen- und Chartanalyse eingehen, dann wie gesagt noch einmal Zusammenschlüsse, Projekte, aktuelle News und dann am Ende ein Fazit. Das Unternehmen wurde gegründet 1996 und ist damit schon sehr alt, beziehungsweise im Vergleich zu anderen Explorationsunternehmen alt, weil man das hier mal Relation setzen muss. Firmensitz ist aktuell in Australien und der Managing Director ist David Wall. Diese Explorationsunternehmen sind auf viele verschiedene Bereiche spezialisiert. Hier bei unserem Unternehmen 88 Energy ist es jetzt hier vor allem der Bereich Öl und Gas. Meistens sieht es eben so aus, dass diese Explorationsunternehmen von großen Firmen aufgekauft werden zu bestimmten Zeitpunkten, wo sie eben ihre Funde machen, beziehungsweise wo sie anfangen mit dem Schürfen. Das Ganze ist eben so, dass sie meistens sequenziell schon mal aussieben, anhand vieler Orte, wo eben geschürft werden kann für die großen Unternehmen, die sich dann meistens eben an diesen kleineren Unternehmen beteiligen. Wir haben hier einmal die Zahlen und zwar eben heute nach diesem über 70% Kurssturz, sehen wir es direkt 280 Millionen US-Dollar Market Cap nur noch. Umsatz 2020 sind jetzt 246.000 Dollar gewesen. Der Gewinn lag bei minus 29 Millionen. Das Ganze liegt eben darum, wie gerade eben beschrieben, das Unternehmen selber eben hat noch keine Förderungen. Es ist eben noch am Suchen hier als Exploration und daher kommt hier eben auch kein operatives Geschäft zustande, wodurch eben Umsätze entstehen könnten. Der Verlust kommt natürlich ganz klar dadurch, dass das Unternehmen selber nur von Kapitalgebern finanziert wird. Hier ist es eben so, dass diese Unternehmen immer sehr stark davon abhängig sind, dass eben ihre Kapitalgeber in ihre Geschäftsmodelle Vertrauen haben und hier eben dem Unternehmen weiterhin Kapital zu vertrauen. Die Umsätze sehen wir ja auch einfach nochmal ganz kurz. Beispielsweise diese Schwankungen wie im Jahr 2018 kommen dann meistens durch irgendwelche Subventionen aufgrund von Ländern oder eben auch Kapitalgebern wie gerade eben zustande. Im Gewinn sehen wir es auch direkt sehr große Verluste, die hier eben gemacht werden. Das Ganze hängt damit zusammen, dass diese gesamten Forschungsunterfangen sehr, sehr teuer sind. Natürlich kostet das einiges an Geld, wenn eben diese Forschungen vorgenommen werden und eben nach den Ressourcen gesucht wird, wodurch eben diese großen Beträge zustande kommen. Dann kommen wir einmal zur Chartanalyse des Unternehmens. Und zwar sehen wir hier direkt, dass wir im deutschen Chart über 900% Kursgewinne hatten, je nachdem, von wo man das jetzt hochzeichnet. Das Ganze hängt eben mit diesen News zusammen, auf die wir später eingehen werden, zu einer Kooperation, wo sie eben ein neues Gebiet mit eben XCD gemeinsam erschlossen haben. Dieses Gebiet hat eben bei sehr vielen Investoren diesen Aufschwung ausgelöst, dass es eben hier sehr wahrscheinlich ist, dass dort Öl gefunden werden kann, beziehungsweise eine sehr große Menge an Öl. Daher kam es jetzt eben zu diesem sehr starken Kursanstiegen und heute eben der Drop. Das Ganze hängt mit einer News zusammen, dass es einen kleinen Rückschlag gab bei einer Bohrung. Ansonsten sehen wir aber auch schon, dass dieses Unternehmen natürlich ein sehr starkes Unternehmen ist, wo es eben auf die News rund um das Unternehmen ankommt. Hier eben weniger die Chartanalyse gefragt, daher hier eben sehr newsabhängig. Das war es dann eigentlich auch schon zur Chartanalyse. Dann kommen wir einmal zur Kooperation mit XCD Energy. Die beiden Unternehmen haben den Zusammenschluss im August 2020 vollzogen. Nun haben sie gemeinsam drei Erkundungsprojekte, wo wir gleich auf einer Karte darauf eingehen werden. Sie haben eine relativ starke Stellung jetzt im Norden von Alaska, eben in dem Gebiet North Slope. Und wenn wir uns das hier einmal auf der Karte ansehen, das hier ist jetzt eben dieses Gebiet North Slope, sehen wir direkt, dass sie eben hier mit ihren drei Gebieten sehr starke Stellung haben. Man sieht hier direkt, dass sie unter anderem im Inland bzw. weiter weg von der Küste suchen als andere Gebiete, wie wir hier oben erkennen. Durch eben diese Kooperation mit XCD Energy kam jetzt dieses Project Peregrine dazu. Das Project Peregrine, werden wir jetzt gleich nochmal auf alle Projekte explizit eingehen, ist aktuell das interessanteste Projekt gewesen für sie. Aber Project Icewine ist natürlich ganz klar das Größte. Sehen wir uns jetzt einmal an. So, wir haben einmal Project Icewine. Wie gesagt, habt ihr gesehen auf der Karte, ist das Größte Projekt von ihnen mit über 1200 Quadratkilometern. Es ist hier eben ein sehr größtes Ölvorkommen erwartet, wo es eben darum geht, dass sie dieses schürfen wollen. Das Ding hierbei ist aber, dass sie nur einen Working Interest von 78% haben. Für die Leute, die sich jetzt hier nicht auskennen, dieses Working Interest beschreibt einfach nur den Anteil der Rohstoffe, die sozusagen das Unternehmen selber behalten darf, wenn es dort eben Rohstoffe findet. Das bedeutet eben, wenn sie hier etwas finden, dürfen sie davon 78% behalten, eben auf dieser gepachten Fläche. Das ist eben hier dieser Working Interest als kurze Erklärung. Jetzt kommen wir einmal zu dem Project Peregrine. Worum es eigentlich geht, das ist eben ein Gebiet, was sie jetzt durch den Zusammenschluss mit XCD Energy erhalten haben. Dieses Gebiet ist kleiner als das Project Iceborne, ist nur ungefähr 800 Quadratkilometer groß. Hier haben sie aber einen 100%igen Working Interest und vor allem geht es hier um das Potenzial. Das Potenzial wird auf ca. 1,6 Milliarden Barrel Erdöl geschätzt. Und bei dem aktuellen Barrelpreis von ca. 67 Dollar wären das über 100 Milliarden, die hier eben in Öl im Boden aktuell zur Verfügung stehen. Das Ganze sieht eben so aus, dass das Unternehmen selber dazu jetzt verschiedene Tests macht und auch eben Proben entnehmen möchte. Und eben bei solcher einer Probenentnahme kam es heute zu einem Problem mit der Bohrung. Gehen wir aber gleich in den News nochmal drauf ein. Vorher schauen wir uns noch einmal das dritte Gebiet von Ihnen an. Das ist Yukon Leases. Hier ist es eben nur eine sehr kleine gepachtete Fläche. Diese liegt eben näher zu mehr. Wir haben hier auch wieder ein 100%iges Working Interest. Hier ist es eben so, dass wir hier nur von 90 Millionen Barrel Öl sprechen, daher hier eben ein kleineres Gebiet. Das ist nicht ganz so interessant wie die anderen beiden. Aber hierbei sehr interessant ist eben diese gute Anbindung an die Pipeline. Das Ding ist eben, wie wir es vorhin auf der Karte gesehen haben, führt diese Pipeline durch das Gebiet Icewine durch. Daher ist dieses eben ganz gut angebunden. Und dieses Gebiet hier ist eben über verschiedenste Ausläufer der Arme sehr gut angebunden. Das Problem eben bei dem Paral Grind ist, dass dieses Gebiet eben sehr schlicht angebunden ist, wodurch eben erst auch noch Infrastruktur aufgebaut werden müsste, dass eben hier später das Öl auch gefährdet werden kann. Wie gesagt, hier bei diesem Projekt geht es eher um ein kleineres Projekt. Die beiden anderen Projekte sind viel wichtiger von das Unternehmen. Jetzt kommen wir einmal zu den aktuellen News. Einmal, womit ging das Ganze los? Wodurch kamen diese über 900% Kursgewinne? Wir haben natürlich das Project Paral Grind, was eben durch den Zusammenschluss jetzt auch in den Besitz von ADH Energy übergegangen ist. In diesem Projekt, beziehungsweise in diesem Gebiet, gibt es ein potenzielles Barrel-Aufkommen von ca. 1,6 Milliarden. Das Ganze wurde ermittelt über verschiedene seismische Scans. Das ist ein bestimmtes Verfahren, bei dem man eben den Boden scannt und damit eben die Erdölvorkommen in der Erde bestimmen kann. Das Ding ist hierbei, kommen wir auch später dazu, man muss dann später noch einige Samples entnehmen, nennt man es. Und bei diesen Samples-Entnahmen kam es eben heute zu Problemen, wodurch eben diese Kursstütze zustande gekommen sind. Das sehen wir uns aber gleich nochmal auf einer anderen Folie an. Einmal nochmal, um jetzt hier die starken Kursgewinne abzuschließen. Wir haben aktuell einen sehr, sehr starken Barrel-Price. Wir sind bei ca. 67 Dollar, wie bereits gesagt. Und eben dadurch hat die Anleger hier bei diesem Unternehmen durch diese 1,6 Milliarden Barrels, die eben prediktet wurden, einen sehr, sehr starken Anstieg, beziehungsweise ein sehr großes Potenzial gesehen. Diese geologische Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch im Vergleich zu anderen Projekten, die in diesen Zonen sind. Und vor allen Dingen ist es eben so, dass hier in der Nähe von diesem Project Paragrine bereits ein Gebiet geschürft wird, wo eben bereits auch schon große Mengen Erdöl gefördert wurden, wodurch es eben sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass hier in nächster Zeit eben dieses Erdöl gefunden wird. Dadurch waren jetzt eben diese 900% Kursgewinne, eben da die Anleger durch diesen hohen Barrel-Preis, den wir aktuell haben, und eben die unglaublich großen potenziellen Fördermengen sehr stark in diese Aktie eben investiert haben. Heute kam der Abverkauf dadurch, dass es eben, wie bereits gesagt, ein Update der Firma gab zu diesen Testbohrungen. Und zwar wurde explizit nach Samples gebohrt, also hier eben nach Proben auf den Bereich. Dabei kam es zu einem Stromausfall, wodurch sozusagen dann der Bohrer versagt hat. Und danach musste eben dieser Bohrer aus der Erde geholt werden. Das Unternehmen hat jetzt selber Stellung genommen und gesagt, wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht erneut dort eine Bohrung vornehmen. Das heißt, Sie können dort keine Samples aus der Erde entnehmen, also keine Proben, um das Potenzial wirklich nochmal zu testen. Sie selber haben jetzt gesagt, Sie werden erstmal an einer anderen Stelle in einer neuen Zone weitermachen und das Ganze eben nach hinten verschieben, bevor Sie sich hier wieder rantrauen werden. Das Ganze hängt einfach damit zusammen, dass Sie selber nicht versichern konnten, inwieweit jetzt diese Bohrung funktionieren würde, inwieweit das Equipment beschädigt werden könnte. Das Ganze hängt heute eben damit zusammen. Das hat nämlich natürlich große Verunsicherung ausgelöst bei den Investoren. Das Ding ist, man muss das natürlich immer sehr relativ sehen. Ist das jetzt wirklich begründet, dafür 77-prozentigen Abverkauf zu haben? Das muss jeder für sich bestimmen. Für alle Leute, die sich die Quelle dazu ansehen möchten, wir haben euch gerne mal den Artikel direkt als ersten Link in der Beschreibung verlinkt, wo es eben genau um diesen Unfall bei der Testbüro kam. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ist sehr interessant, aber das waren eigentlich so die wesentlichen Punkte. Daher eben hier ist dieser Abverkauf jedem selbst überlassen, wie man das jetzt bewertet. Das sind aber diese News dahinter. Dann kommen wir einmal zum Fazit. Natürlich hatten wir das Unternehmen jetzt aktuell durch diesen Zusammenschluss und eben mit diesem sehr starken Potenzial drei Projekte, von denen zwei wirklich sehr große Wahrscheinlichkeiten auf große Ölvorkommen haben. Der Zusammenschluss mit XCD Energy stellt natürlich dann nebendran nochmal einen sehr großen strategischen Vorteil, den die Firma eben hat, eben aufgrund alleine der Lage. Sie sind jetzt wirklich in North Slope, diesem Bereich in Alaska, sehr gut aufgestellt, können hier eben sehr gut operieren und haben drei Gebiete, die wirklich sehr großes Potenzial bieten. und eben dazu kommt, wie wir es vorhin erwähnt haben, bei einem Barrelpreis aktuell von 67 Dollar, die hier eben aktuell geschrieben sind, wäre jetzt mit diesen 1,6 Milliarden potenziellen Barrels der Umsatz bei über 100 Milliarden Barrel. Das ist natürlich ein enormer Umsatz, wodurch hier eben auch diese enormen Kurssteigerungen zu sehen waren. Jetzt muss ich natürlich ganz klar sagen, im Fazit, wir haben natürlich zum einen eine sehr hohe Bewertung und zum anderen haben wir natürlich das Problem, dass wir hier noch keine Umsätze haben. Wie gesagt, das Unternehmen selber hat noch keine Förderungen, es wird noch kein operatives Geschäft betrieben, wodurch hier eben Umsätze entstehen könnten und natürlich haben wir dazu noch Verluste durch diese Forschung. Das heißt, das Unternehmen ist darauf angewiesen, früher oder später eben Erfolge zu erzielen. Das bedeutet, hier haben wir kein Unternehmen, was über viele, viele Jahre laufen könnte, ohne dass sie etwas finden, sondern irgendwann muss hier dieser Punkt kommen, wo eben das Unternehmen auch Erfolge erzielt. Und dann haben wir natürlich die Frage, hat Erdöl überhaupt eine Zukunft? Wir sehen es natürlich anhand der Wasserstoffindustrie, der Elektroindustrie. Es geht immer mehr in andere Richtungen, gerade jetzt auch durch die Corona-Pandemie gab es einiges Umdenken, verschiedenste Investitionen in der Automobilindustrie, wodurch einfach hier dieser Wandel immer weiter vorangetrieben wird. Daher ist natürlich die Frage, wenn man jetzt in Unternehmen investiert, die mit Erdöl zu tun haben, beziehungsweise die wirklich nur nach Gas und Öl suchen, muss jeder für sich selber bestimmen, inwieweit wirklich diese Zukunft aussichtsvoll ist. Und natürlich dazu kommt heute noch der Punkt, dass eben diese Testbohrungen nicht erfolgreich waren, dass wir hier technische Probleme hatten und eben dadurch jetzt diese Kursstürze zustande gekommen sind. Ich würde sagen, das war es jetzt eigentlich soweit von der Aktienanalyse, wie gesagt, um nochmal so eine eigene Meinung mit einfließen zu lassen. Natürlich muss diese Testbohrung jetzt nicht unbedingt der Genickbruch für das Unternehmen sein. Ein 70-prozentiger Abverkauf sehe ich selber persönlich als sehr übertrieben an. Dazu kommt natürlich, dass das Unternehmen in einem Bereich tätig ist, wo ein sehr großes Potenzial zu erwarten wäre. Und dazu kommt natürlich dann noch, dass sie jetzt auch eben erstmal wieder abliefern müssen. Man könnte jetzt hier, falls man selber daran interessiert wäre, natürlich überlegen, eine Position zu eröffnen. Aufgrund dieses Kurssturzes, das haben wir ja im Chart schon gesehen, würde sich jetzt hier eine relativ gute Einstiegsmöglichkeit ergeben. Das wäre jetzt persönlich meine Meinung dazu, wenn ich jetzt hier in dieses Unternehmen investieren würde. Das war es soweit von der Aktienanalyse, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Sonst sehen wir uns morgen zu einem Daily News Update. Das war es soweit von mir. Ciao.